jetzt läuft so ok da ist er jetzt auch bei keff warm die beine runter läuft sage ich mal hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von sanitäter live im einsatz nein von crazy youtube ja wie ihr sehen könnt heute mal wieder leider nur zu viert weil da ist ja wir haben ja es wenn ja so bisschen inkognitur die wurden frau der gruppe macht gerade heute dann haben wir hier den abgestochenen keff gaming der sich gerade mit enrico so lieb gehabt hat da drüben ich habe gar nichts gemacht moment hat als man den passanten da krachten wieder geprügelt hat denn die täter da gerade für tot erklären genau genau ja und das wenn wohl grad keffs taschenlampe aus damit er sich selber vergnügen kann natürlich wir spielen heute eine kleinere playlist eigentlich war die größere gedacht für mehr als vier spieler da wir benutzen sind ja machen wir halt nur eine kleine playlist die mit einem mit sehr viel von einem spielmodus geführt ist den zum einen dieser mann hier keff sehr mag aber seine facebook kritiker nicht und zwar wird es da sehr viel überlebenskampf geben aber custom überlebenskämpfer ich habe aus dem social club das ist mehr weiter mal so ein paar selbst erstellte überlebenskämpfer rausgesucht weil ich glaube die meisten standard von rockstar haben wir schon gespielt und schon durch und ja keine brauche aber doppelte dreifach sind ich glaube den tennis platz habe ich glaube ich vier mal und das hund aufnahme in meiner meiner video plan ist ja aber wieder noch schön dass jeder da seid alle und ja heute das kritik über den überdenk über meinen alles gut wenn ich ja nicht mehr so dass wir die besten ich habe zweimal gewonnen auf der auf der map die kann ja auch immer mal wieder spielen aber ich wollte erst mal ein bisschen noch durch müssen also jetzt gebe ich noch jetzt wird es wirklich grundes von einfach abgestockt dass ich das zweite mal heute also wenn eigentlich sollte das nur andersrum sein eigentlich steckt er doch was in dich eigentlich hast du jetzt falsch rum gemacht eigentlich steckt ich immer dies wenn ja so und jetzt stelle ich mich in keps blut und gebe ab an keps gaming der jetzt auch noch seine kleine zuschauerschaft begrüßt ja schön dass alle dabei seid und zum thema allerdings event zu viel zum thema hater und alles drum und dran die sagen so könnt ihr nur den pc ist wenn ich ehrlich bin und jetzt ist so was von wo ist wir machen zwar spaß macht und ich weiß irgendwie gefallen muss punkt so ich hoffe dass man die scharfen blonden hinterher 7000 da hat immer 7.007 ja hier fühlt sich wohl hier liegen sie rum und wir stehen die bierflasche in der gegend naja wie immer sei starten heute mal hat dann mal ein bisschen weniger zeit ich habe noch nicht mal was gemacht und man wird hier kultus angegriffen wenn du welche leute oder soll man kein mini wie machen nie wieder fest und jetzt erst recht so dann starte ich mal die spielliste ja gerne eingeladen seid ihr ja da explodiert oder heli doch der normale wahnsinn bei uns zum begrüßen man wird mal wieder richtig sonntag so moment was wir kaufen wann hat cash mal wieder gute laune ich habe immer gute laune wie es früher einmal war ich habe immer gute laune das hört immer daran wie es läuft nein ich bemühe mich alles gut so kann man loslegen die du ja gerne schauen wir mal was das heute hier gibt ja die ist gut die frage wo kommen wie kommen die hoch nach wo die container und dann war ja rein also ok was war von da kommen die gegner auf den das ist echt zu viel gerade hier auf der seite weißt du fällt da in den jungen der ist wohl gehämmert das geht nur hier wo immer da oben ist hier ist du kannst auch von unten ja ja das ist es halt enrico ist gerade mit der mini gang draußen und rast vollkommen aus wie letztens schon mal in einem von unseren videos hey was machst du warum schießt die offenen wirtschaften der leer ist alter verständung weil er mir noch als fahrzeug angezeigt wurde deswegen ich spüre ihn kommt ne ja schon ist er nicht gekommen er hat inkompetenz sich inkontinenz so viel ja es war wahrscheinlich einer der an dem auto stand aber alles gut ja das problem ist einfach du stehst damit vier leuten da oben weißt du das ist ein bisschen drei leuten ja auch kein wind aber gut stehen hast du gekillt noch immerhin ja besser als gar nichts mehr er hat den beitrag geleistet ich war da ich habe ich bemüht er war dabei das gute ist wenn man hier unten ist die können eigentlich nur über diese fußgänger drücke hier kommen aber man kann die sogar durch das ding ja schießen die an dieser stelle auch noch mal einen lieben gruß an unsere facebook kater wir freuen uns wieder so geilen npc sinnlosen content für euch zu bieten das macht spaß ja kommt jetzt doch her da kommen auch noch welche ja jetzt müsste da hinten wo hinter euch sein ja mach mal die naja alles gut wie sie ach dort ist der in riegel das steht da hinten auf den häusern was hinten hier ist ja noch ein gang und hat hier haben wir ja auch ein hausfall ich weiß dass der kämpfer sich beklagt alles gut ja schrecklich ist wenn noch wieder zugeschlagen ja der schreckliche alter sind geiler gang hinten die nächste runde eröffnet kann ich auch schon keinen bock drauf wo zählt die schweizung und sich mehr an den richtung ist auch hier hinten vor jungen jährige schweizung aber man kann immer richtig schneiden ich bin schon tot zu sein wird sich umdrehen ja ja alles gut sowohl das ist noch ein gefektor ja kämpfer zu den alarm sind so dem an zeigt wenn was von hinten kommt das steht ne danke einmal gemacht und dann genossen einmal gemacht ist es bei ihnen rein geflossen hahaha so läuft doch ganz gut gerade ja sind doch auch nur mpc ja eben genau gesagt ja ähnlich wir können ja nicht sind nur die warte mal es geht um den kevin da nicht kann ja wir 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 das ganze team war ja es war das ganze team tatsächlich das angegriffen und ihr können ja nichts und alles wo man daran ist so langweilig sind ja nur npcs und so ja das sind die zwei aber lieber denken sie sind wetten diese andere diese andere channel der immer was postet den kennt es bestimmt auch naja julia dingsbums ja wo die leute abpacken dabei sind die aber leute abpacken müssen wir einfach für die einfach random rumstehen wie gesagt noch mal mir ist es eigentlich relativ egal gewesen ist drum und dran weil es hat spaß gemacht und es war mal was anderes man andere map oder sowas und daher war es okay alles gut also wie gesagt ich mache es ja nur weil wir werden wir machen ja was wir wo wir bock drauf haben und nicht was andere bock drauf haben aus dem möchte man ja auch noch mal betonen wir haben jetzt schon eben lang versucht mal leute dazu zu finden für größere sachen genau sicher keiner und es kommen ja auch sonst keine vorstehen es kommt immer nur das ist scheiße das ist scheiße das scheiße ja das sagt doch keiner macht doch mal das oder probiert doch mal das oder macht doch mal so er hat das da das problem das ist es halt draufhauen können man schafft es blondes gestorben gewalt angetan aber so ist es halt bei facebook mittlerweile die leute können nur noch draufhauen denn es auch scheißegal die können nur draufhauen auch egal es gibt nur noch es gibt teilweise nur noch hey ich kann halt nur an einer stelle lang weißt du mit dem millimeter kennt er sich ja aus das ist aber ein stein vor dem war länger als er ja nie sagt doch nur du und deine freundin gerade kurz wissen der hat das wenn ja weiß doch wie lange ist bis jetzt hat sie sich noch nicht beklagt gut der mutter ist meistens voll aber da passiert ja auch nicht viel sind die denn jetzt ich habe das gefühl dass durch erledige paketen davon die luft ja auch morgens er ist tot dann habe ich noch nicht noch weiter hinter sich den hinter der zweiten bande genau der will sich prügeln er hat keine waffe daran scheiße drei leute und dann vier leute noch wir noch von der wand lang und jetzt werden die ecke hinter dir gucken mein leben an du dünn aber wusste das kommt wieder ausfallen was immer doch weiß ja mal dieses mini hier genannt oder sie ich würde es nicht tun die luft hier oder bleibt da steht dort um die ecke und freut sich er kommt dann endlich da hinten wenn der kopf gut raus ja die bande also morges hat sich eigentlich noch nie so schwergetan bei einem einzigen gegner meine damen und herren das hat ja noch heute eine neuerheit drei oder zwei jetzt sind noch zwei ja ich muss doch ich muss doch das klischee erfüllen das käffen mal über uns gesagt kriegt ja eben ja ich also solche leute wenn ich ehrlich bin sollen sie sich dazu gesellen und vor kurzem vorschläge machen können sie gut das sind am gebäude morgusten muss lieber jetzt glaube ich bis zum straßen zurück aber ich muss noch sagen die location ist hübsch ne ja die hat erstmal hier vor der aus dem midi pack ne ins haus an von der wand weg ja warte noch mal ich wäre es bei den gegner hätten ist der stadt erinnung der stadt er sollte weiter und ist umgefallen dann irgendwann ich habe jetzt bin ich alleine jetzt sterbe ich wir sind jetzt einfach schon die ganzen medie packs und die ist die dinger weg ich habe es gebraucht ja mimi die täglich gebraucht aber die panzerung ja ich habe aber auch noch in dem inventar da muss immer noch einer liegen das wird mit raketen bezeichnet hat es war doch immer ganz ganz viele akuna matata der keff stirbt so gern er sieht es als modern das heißt die sorgen bleiben ihm immer fern es werden wir auf die auf zu singen das versäuht die aufgabe es gibt wieder geht ihr könnt nur schlecht singen ja ja genau ich sehe nicht ich musste die sehen muss man mit dem kann man das auch klären august schaffst du die anderen noch die zwei ich versuche es gerade aber der eine ist ein jackie ich komme zu dir so viele sind noch zu 1 oder 2 das war ein geiler endscreen da wie ich meine dann einfach nachgeladene ist die pläne ist wie bei kräfte kriegs auch nie hoch da muss ich ja auch nicht erledigt neu stehe wieder auf der falschen seite es kürzt mich sagen jetzt erst mal so die kriegs auch nicht mit jetzt halte mal um hier mensch du blinse andere seite und konnte ich auch hier durchschießen heute kommen von allen seiten das ganze hat ein bisschen was vom paintball spiel und ein haben die schlossseite so der zweck also der krieg noch nicht an riko ich habe jetzt das ist tot ohr junge da kommen die eckwärtsen ja aber hier sind sie eigentlich leichte beute dann genau diesen scheiß zauern rein ich komme nicht an das schwierige als das sind riko mit einem einmal einmal aus ja einmal aus diesem komischen verschlag bis direkt tot jetzt werde ich kann man einmal sein ding raus ja genau deswegen ist von jahrung gefallen war so überwältigt und der pool steht doch wo einer an der brücke links stehen noch ein paar nicht am seit unter der kommt jetzt auch heute zu unter der brücke ja das wasser hat weiß noch zwei nach dem markus ist das noch immer mehr da kommen wir noch dazu meine damen herren die brücke ja und rechts hat wie gesagt das sind noch dieser jugger laut ja jawohl das wenn die kleinsten kills haben wieder nicht sagen kann nichts ja es gab es nur gegen pcs aber selbst das kannst du nicht machen das wird jetzt auch noch die ganze weite so passieren ach mir ist das so scheißegal ich bin es macht doch alles gut wofür da musste ich jetzt gerade oliver kahn denke schon sein interview es ist mir scheißegal ich hab mir alles weggefressen was ich gerade hatte ich wollte akkorde sind doch das erste die staaten laufen schon wieder alle richtung brücke hier ja ich hätte noch ein paar haben ich habe ich habe den mpc den gegner der nicht sterben wollte wir sind wieder dieselben an der brücke ja ja diesen viel anregel da kennt gar nicht schnell sind die mini gerne macht einfach dauervoller habe ich habe eben auch gemacht ja unter dem ding darunter heikling hast du wahrscheinlich so was gehört unter dem ding darunter ich war eigentlich schon unter dem schlag und ich bin immer rausgekommen oder danach bringt so lebe ich muss da trotzdem jetzt raus weil sobald ich war irgendwie die roten punkte kann ich auch eigentlich muss man mit dem anderen denken aber ich selber ja ich selber zum schmeißen was hat ihr denn die brücke getan in riko kann wenn du musst über den zauern schmeißen nie gegen zauber ein verbreit da freut sich der kevin dass er eben mal getroffen hat ich brauche morgen auf dem morgens und auch in riko kuppen was der kevin machen bei den knallt einfach nur hinterm teilen ich habe auch die weil ich das aber hinter weil ich das die granate gehen baum geworfen habe die wieder zurückgeprallt ist weil ich meine damen und herren wenn er sieben ganz oft alter ich habe die 20.000 leute angeballert an der brücke und haben sie sieben kids was sind das halt der riko der riko der letzten rest erledigt was ich ja geil fand ist ich war der erste der turke und hat merkels als du das habe ich heute auch die erste der gestorben 25 aus wenn du hast du selber gesehen ich habe da irgendwie auch 20.000 leute geschossen an der brücke ich sage nicht nur sieben kills aber eigentlich bei den fänden die kills die auf sich gemacht hat ich habe also manchmal ist das spiel echt seltsam auch alles gut kürzelt hat irgendjemand hat eine nachricht bekommen ja ich hab da auch typisch eisbar hinter euch auch nur ist das schon ja ich weiß ich weiß es maurig wird nur mal die seite ein bisschen säufer ok jetzt geht aber schon da alter ok das war jetzt jetzt ist tatsächlich mal passiert diese scheiß kann ich habe mich gerade selber getötet ja ja egal enrico volle vorachrauf eh hier gibt es keinen durchkommen ich bin noch da da sind mindestens noch drei die zwei und was trifft mich ich wollte gar nicht packt weg das aussieht endlich alter der hat der headshots gefressen ohne ende wieder links von euch im wasser mindestens eine markus vorsichtig links verlieren also genau da war es geregelt munition gemacht also wenn es heißt respekt wer selber macht dann ist das sein kiff geht das selber macht mit neulich der granate er kann diese Formation bin tot ich wollte mal ein bisschen mehr riskieren bei den die olga ja die arme olga mit der mini kopflein drüber fetteln also in einem weg stellen ist auch dumm ja ja das gehe ich wieder runter vielleicht hier runter ja gehen wir runter ich habe schon meist wieder mit däppel ja hier gesund wenn er seit über zwei minuten nicht am überlebenskampf genommen du kannst in den pausen über den rausbruch steht und das spieler abstimmen aus mit der fiecher alter der geht mir ja nicht auf die eier das ist keine gute idee ich gehe heute schwimmen endlich nachmann sorry wenn ich euch hat mir nicht alleine lasse alles gut wir haben spaß wenn hat spaß auch wenn er die ganze zeit ins leere schiebt weil die alle da drüben warten jo die normalen rennen auch mit mir nicht ganz rum ist das jetzt ja wir gucken ob ich ja wenn wir sind kümmern mich mal um alles was da oben lang läuft co vielleicht nehme ich doch mit er kann bei der meter her gelaufen habe ich mir damit die kann weggeholt man und weniger alle kreis 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 ben Die sind alle so scheiße, ihr sterbt sogar bei MPCs. Der Eder war zuviel, schade, 29.000, es lohnt sich, der Eder war zuviel, ja alles gut, schade, so. Warum habe ich jetzt 15 Punkte dafür bekommen, weil sie besser geschossen hat als ich. Das ging ja nach Gegner killen, deswegen. Naja, das passiert.